Die ursprüngliche Frage war ja, muss ich jetzt auch andere Sachen außer der Kick tunen? Beziehungsweise, Elias, du weißt, du musst nicht die Kick tunen, aber kann ich eventuell andere Sachen tunen? Und die Antwort ist ganz leicht, du kannst sie nur dann tunen, wenn sie auch einen Ton haben. Stichwort Geräusch versus Ton. Das ist einfach eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung, die ihr kennen müsst. Es gibt in der Kick immer Geräuschanteile. Also, ist ein Geräusch. Und wenn man jetzt kein Beatboxing kann, dann ist es schwer, das mitzusingen. Aber die Eselsbrücke, kann ich das mitsingen oder nicht? Die ist tatsächlich wichtig und gilt weiterhin. Denn was du dann mitsingen kannst, du hast jetzt gerade zum Beispiel ein Stichwort gesagt, ja, bei längeren Kicks, dann ist das häufig, dass du sagen kannst, und nicht, je nachdem, wo die halt gerade liegt. Da wirst du dann schon einen Ton erkennen, wenn ein Ton da ist. Und zusammen ist halt dieses und macht dann halt und dann haben wir halt eine Kick. Das heißt, es gibt halt Geräusch- und Tonanteil jeweils in diesen Dingern. Und dann gibt es allerdings auch Kicks, die haben keinen so genauen Tonanteil, beziehungsweise bleiben eventuell nicht auf einem Ton stehen. Wenn ihr an Soundsbauen leicht gemacht zurückdenkt, oder für diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, ein Ausblick darauf, da bauen wir ja auch einen Kick-Sound mit einem Synthesizer. Und vielleicht erinnert ihr euch, das, was typisch für eine Kick ist, ist, dass es so einen Pitch-Envelope gibt, der sehr schnell ist. Also eigentlich macht die Kick ein sehr schnelles Biuuuu. Und das macht es so schnell, dass es halt dann sich anhört wie ein Und dann kriegen wir dieses hin. Und manche Kick-Sounds, die machen das halt recht langsam. Das heißt also, die haben dann so ein Gerade im Techno-Bereich, also im Hard-Techno-Bereich, ich glaube wahrscheinlich, die Kick, die wir jetzt gerade beim Sascha gehört haben, das ist so eine, die nicht auf einem Ton stehen bleibt, sondern die Das geht ja runter, wenn man sich jetzt mal so einen Analyzer vorstellen würde. Da brauchen wir nichts zu tunen, weil wir sind irgendwo eh immer zwischen irgendwie was. Wir brauchen uns zumindest nicht irgendwie auf dem Grundton oder ähnliches tunen. Und trotzdem haben runtergepitchte oder hochgepitchte Geräusche auch ein unterschiedliches Feeling. Da geht es aber jetzt nicht darum, irgendwie den Grundton oder irgendwelches, ja, irgendwas auszurechnen und drei Halbtöne oder sonst was, sondern da geht es dann darum, was Stefan gesagt hat, Wie fühlt es sich an? Was sagen deine Ohren? Häufig in so Lo-Fi-Beats haben wir runtergepitchte Clap-Sounds, wo wir halt so die einzelnen Vibrationen mehr oder weniger hören. Und es hat halt so ein Feeling von degradiertem, schlechter Qualität. Und das ist ja genau ein Feeling, was wir in Lo-Fi-Musik eventuell ja erreichen und unterstützen wollen. Und da macht es dann total Sinn, auch Geräusche runter zu pitchen. Claps sind sehr selten Töne. Sehr selten. Toms sind so gut wie immer Töne. Das ist so Material, dann lohnt es sich total einmal nach dem Pitch zu gucken. Weil wenn dann ein Tom vielleicht einen Ton spielt, der außerhalb der Tonart liegt und du dich wunderst, ich möchte irgendwie so ein warmes, schönes, harmonisches Gefühl mit meinem Song umsetzen. und alle meine Chords passen und meine Melodie passt gut zueinander und irgendwie sobald ich die Drums einschalte, klingt es irgendwie disharmonisch, dann kann es eventuell sein, dass dein Tom da irgendwo spielt und dir eventuell ein Intervall erzeugt, das extrem viel Reibung hat und damit dann dein Feeling kaputt geht. Und dann macht es total Sinn, das eventuell zwei Halbtöne hochzupitchen auf eine kleine Terz und schon unterstützt du eventuell dein warmes, molliges Gefühl, was du mit deiner Kadenz oder mit deiner Melodie ursprünglich dir dabei gedacht hast. Also die Antwort heißt ja, wenn du mit tonalem Material zu tun hast und ja, wenn es ein Geräusch ist, wenn es zu deiner Musik passt vom Gefühl.